Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum neuen Angespielt Galaxy Empire ist es diesmal Und das ist schon wieder so eine schlechte englische deutsche übersetzung melden melde als einen besucher Wir spielen es einfach mal das ist glaube ich als gast spielen man kann sie verstehen auch später account machen Aber fürs angespielt irrelevant ich bin anfänger brauche ich brauche an die eine alte alte hase ich brauche die Einleitung nicht ich ach so ich brauche ich brauche die einleitung einfach mal Die erste belohnen wir kommen Erhalten sie die erste belohnung der belohnung dunkle materie und kredite plus 50 Und die erste belohnung kunat kam was das sind 65 das und 35 das Ich werde nicht dabei Aber sind unsere drei haupt ressourcen Das ist ein schiff okay hier schreibt doch unten russischer Spielt anscheinend auch Viele russen vielleicht mehr wie keine ahnung Und scheint auch vor spiel zu sein denn ich sehe folgende definierte felder wo wir was darauf bauen können metallmine Können wir einfach mal bauen ich würde sagen wir bauen ein bisschen drauf los Und schauen was das alles bringt die können wir zum beispiel solarkraftwerke für energieproduktion Ja genau also alle alle dinger brauchen brauchen energie her sieht da minus elf das heißt ich brauche dringend ein solarkraftwerk Dass wir hier hin bauen damit wir damit dass die noch produzieren kann die metallmine Weil so produziert sie nichts Weil sie einfach zu wenig strom hat So jetzt haben wir wieder elf das heißt sie müsste was produzieren Ja 60 pro st Jetzt ist auch nicht mehr rot Man kann das anscheinend auch noch regulieren die enden den energieverbrauch Wenn ich hier die 100 prozent sehe kann man sicherlich auch irgendwann noch regulieren Aber sich gerade nicht wirklich weiter So solarkraftwerk kann man die rutsch aufrüsten 112 davon 45 15 sekunden machen wir auch gleich mal Damit wir die gebäude die wir dann gleich bauen werden Damit wie die ja damit wir die nutzen können was noch mal hier metaller kristallager gaslager fusion Reaktoren Ich musste glaube ich habe das komische fragezeichen darauf klicken auch ausrufezeichen für auch schon erforscht für erforschen forderlich Und zwar die gas mit energie tech heißt wenn man das bauen dann 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 ja Da muss ich noch was okay ich muss noch die gas mit auf 5 und die energie tech auf 3 damit das ding also bauen kann verstehen Fabriken okay ist die rohstoffproduktion diesen fabriken da muss ich sagen wollen eine roboterfabrik Das solarkraftwerk würde ich gerne noch mal aufrüsten Energie kann man nicht genug haben sie können nicht so viele gebäude auf einmal hochstufen okay das heißt man kann lediglich ein einziges Gebäude gleichzeitig aufrüsten oder beziehungsweise bauen Wir haben wohl nur einen einzigen bauarbeiter ist ja sehr schade gut da klicken wir uns noch ein bisschen durch Overlay durch hier oben haben wir unseren rang Oben links und da sind wir aktuell bei 16.647 und hier seht ihr ganz viele gäste nach stärke punkte da bin ich wahrscheinlich noch weiter unten Und ja sehr viel sehr viele gäste spielen halt wirklich ohne wirklich der account machen wir weg Dann haben wir um unseren namen und unser profil planeten name planeten größe 4 von 178 das heißt 178 Gebäude kann man gewollte stufen kann man insgesamt bauen weil ich habe das solarkraftwerk gleich auf 3 da müssten das 578 sein 3 sekunden 2 sekunden eine sekunde 0 0 Solarkraftwerk so schauen wir noch mal 578 mein gott bin ich gut Temperatur 127 grad celsius bis 137 grad celsius Ein ab ich so ein bisschen an space invasion das browser game denn je nachdem was für eine temperatur man hat hat man von bestimmten ressourcen mehr oder weniger bekommen was haben wir hier Okay, mit terminem Produziert 60 pro stunde und hat eine lagerkapazität also fast lagerkapazität erreicht kristallmine produziert 30 pro stunde grundsätzlich ohne dass wir eine kristallmine gebraut haben Ähm heißt also die grundlegende produktion Eine gasmine 10 gas pro stunde hier aber schon das lager erreicht die von der kristallmine und der rest halt solarkraftwerk Fusionsreaktor solarsatellit und radarstellung die drei sind halt zur energieproduktion da Achso ich glaube hier konnte man das gerade Achso ich glaube hier konnte man das gerade äh Ne war ich gerade aufgedrückt Hier ne Hier kann man glaube ich einstellen Genau hier kann man nämlich einstellen wohin Zu welcher prozentzahl das soll Und dann dementsprechend ähm Produziert es mehr oder weniger warum warum es jetzt mehr produziert bei weniger verbrauch Energieverbrauch minus 4 Ja also Es wurde jetzt 390 pro stunde wort Gerade hat er noch 30 pro stunde produziert Und jetzt 390 pro stunde produziert Und jetzt 390 pro stunde produziert Alles klar ne ist das halt so Haben aber eigentlich nicht ausgebaut im Endeffekt egal Äh wir können noch ein bisschen mehr bauen Was kann man hier noch bauen? Metalllager kann man noch bauen Was haben wir gebraucht? Ich glaube dieses kristalllager haben wir gebraucht Das dann Bauen wir das einfach mal in 5 Sekunden Dann schauen wir hier mal weiter rum Okay haben wir 20 Achso das ist die Uhrzeit 20.48 und 40 Sekunden VIP Info Überprüfe VIP Details Das heißt also wenn man Tipp um VIP Belohnung anzuschauen Ja Also VIP ist halt wieder Sehr großen Vorteil Kostet allerdings halt auch echt Geld Also wer es machen möchte bitte Ich muss es nicht unbedingt So mach es mal wieder weg Dankeschön Mhhh Gaslager Fusionsverhältnis Mal die Metalllager und das Gaslager bauen wir auch noch hin Und dann schauen wir uns mal die Mission an die hier weiter anstehen Ähm Ja Hier auch mal was haben wir noch Ladestation Okay ist egal Hier haben wir so ein kleines Ausrufe zeichnen was die ganze Zeit rumfuchtelt Wie doof Erstmalung habe ich bekommen Wunderbar Ähm In der oberrechte Ecke bla 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 Das ist hier halt dieses Komische Ding Fundament V Fundament Versorgung Okay Eine Metallmitte bauen Eine Metallmitte bauen Eine Kristallmitte bauen Achso Jetzt muss ich erstmal bauen Habe ich die noch nicht gebaut Gaslager Ne dazu habe ich nicht Oh habe ich die nicht gebaut Warum kann ich die nicht bauen So fahren wir mal lieber so Tschüss das Allianzdepot Warum Achso ich glaube Hier hier kann ich die noch bauen Das sind die Ressourcenplätze Diese ganzen roten Verstehe Ah ich kann ich ja nicht ne Doch jetzt Habe ich schon gewundert Warum kann ich bitte kein Zeug bauen Aber doch konnte ich Halt nur auf die roten Felder kannst du das bauen Kristallmitte kann ich mal aufstufen Benötigte Energie Ihr merkt dass wir immer mehr Immer mehr Energie brauchen 57 haben wir Also ein bisschen ist noch Und hier die nächste Belohnung Komm her damit Immer her damit Immer her damit So Stufen sie die Metallmitte auf Stufe 2 hoch Okay Dann machen wir das doch gleich mal 13 Energie braucht das Ding da insgesamt Mh Können wir die Belohnung schon? Ne noch nicht Müssen wir noch kurz warten Dann schauen wir auf das Geschenk hier Monatsliste für Eintragen Dafür dass man sich hintereinander einloggt Bekommt man eine Belohnung Und zwar 1 bis 7 Tage gibt es halt hier die Belohnung Ähm Aber hier kann ich ja nicht einfach Jetzt kann ich einsammeln Flotten Generatorbox Ähm mal 4 8 bis 14 21 bis 21 Und das war es anscheinend Für die hat einen Monat Wo nur drei Wochen Okay Die letzte ist eine Schiffkiste mal 2 Da haben wir die ECM Chip und so weiter Was haben wir hier noch? Fresser Interceptor Menge mal 400 annehmen Mh 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 Okay Ist egal Metallminder Mh 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 Amt Mh 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 flotten generat generator box kann man irgendwo sehen kapsel umbau kisten da meine kiste entschuldigung mögliche anform okay hier um könnte die sein wo ist meine kiste leute wo ist meine kiste anscheinend nicht da so und jetzt haben von sie minus 17 auf 21 plus energie ist doch schon mal schön grüßt war das ding auf ja mal hat man noch eine ganze menge an freien plätzen sowieso noch zum bauen und fusion reaktor sind und wobei ist noch eine ganze menge manu roboter technik 16 millionen davon 8 und davon als 60 millionen da schon und es dauert 50 tage das zu bauen ist ja wenig ist aber so wie sich die echtzeit später gibt es halt noch forschungen die einen erlauben wir sind die schneller zu bauen haben auch von forschungszentrum naja meins wunderbar weil das wirklich 1 2 2 space in welchen ziemlich gutes browser im früher gewesen als in einer schule war nach die zeiten früher und hier kann man wahrscheinlich vorstellen tech forschen technologien energie tag zeigt an steht immerweise nicht hier steht bestimmt gleich hier war nein steht immerweise auch nicht hier was es macht jetzt der basis laser technologie ion technologie hyperraum technologie plasma technologie spionage computer tech astrophysik antischwerkraft das könnte bei computer tech könnte vielleicht sein dass die bauzeit verringert wird nicht mehr kann man der eine flotte mehr ok spionage ok ich baum technik eigentlich auch nicht laser technik vielleicht sehr weit praktisch ok kann man einfach laser dinge dann laser dinge dann bauen energie tech wird einfach die energie effizienter genutzt ja da kann man ja gleich sehen so was in zwei minuten fertig ist kann man das mal direkt verbessern 21 energie haben wir jetzt und wenn wir das ding einfach mal fertig forschen geht das schon wir haben aber schon premium zeug speed stein der haben wir leider nicht doch hier hat man theoretisch eins eine minute beschleunigen und noch mal eine minute beschleunigen vielleicht vergessen wie viel energie warten 17 21 oder sowas oder 11 21 ok funktioniert nicht so ganz wie ich dachte ist auch egal ja im forschungszentrum jetzt kann man auch ein bisschen nebenbei was erforschen auch nicht gerade ganz günstig aber es hat wirklich sehr sehr praktisch verteidigungsnetwork schiffswerfbauen raketenwerfer in der schiffswerfbauen nein nicht ins forschungszentrum man kann schiffswerft die fans dinge dann wahrscheinlich bauen ich denke der raketenwerfer wird einfach ein abwehr abwärtigen sein ich glaube ich hier um verstand das genau verteidigung so was haben wir hier ereignisse und aussagen das sind so ein bisschen events muss jetzt nicht unbedingt allzu interessant für uns täglich aufgang gibt es ja auch noch akkunde erhalte drei mengen an planet rohstoff und so weiter und so weiter sie sind eine ganze menge was man hier machen kann täglich eine ganze menge nach anfang quests einfach wo es aber auch wirklich eine gute belohnung 2 ecm 20.000 metall 12.000 kristall und 600 gas ist jetzt gerade wenig dafür dass man das täglich machen kann hier haben wir ach so allianz also die zusammenschlüsse von 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 mitmenschen flotte bauen raketenwerfer ist zwar keine flotte weil das ist halt eine abwehr ja ein raketenwerfer bauen wir einfach mal hätten ein bisschen mehr bauen können noch aber ist egal ja dann braucht man hier fünf minuten kurz verringern schon nun dass er den raketenwerfer irgendwo fliegt ja vielleicht irgendwo rum sehr ziemlich cool dass wenn er irgendwo rumfliegen würde aber tut er wohl nicht hier und jetzt natürlich wieder echt geld wahrscheinlich geschenkt was geschenkt für aufladung ah ja ok also wenn man echt geld reinhaut dann kriegt man eine kleine belohnung wie immer halt ist jetzt nicht großartig was wachstumspaket was für einmal ein wachstum das sein soll punkte oder rang oder wahrscheinlich wenn man die ränge aufsteckt seht ihr hier 16.000 wenn man dann 500 ränge aufgestiegen ist dass man wahrscheinlich eine kleine belohnung bekommt und hier unten hat noch mal alles so gesehen in der separaten übersicht kapsel ecm elektronische gegenmaßnahmen ok electronic counter maßnahmen ecm umbau freigeschalt wenn 100.000 erfahrungen erreicht doch erfahrungen erreicht rang das ist hier unser rang unser rang ist hier oben links halt wo hat drauf geklickt hatten wo halt theoretisch unseren sehen können und halt auch die topspieler mit 6 464 millionen punkten kisten das hat uns irgendwie auch gar nicht so wirklich viel gemacht und weltraumeingang was ist das denn habe ich am anfang schon gesehen aber wie habe ich da bisher nicht auf geklickt gehabt erobere den kosmos ich denke nein ich glaube es ist einfach pvp dieser dieser weltraum eingang wird pvp sagen was haben wir hier kann man zwischen sternsystem und dem universum sternsystem so ein system und ja so ein system wechseln so ein system und was das auch so ein system aber von viel weiter höher glaube ich na ja na ja gut aufbauspiel im weltraum jetzt nicht allzu was besonderes wenn ich das normal merken darf und ja ich würde sagen mal angespielt war es erstmal gewesen mein lieben freunde wenn er spielen möchte galaxy empire in der video umschraubung sind links zum spiel vielen zuschauer und wir sind in der nächsten folge wieder bis dann